Ich brauche keine Substanz, ich brauche Substanz, brauche keine Choreografien, wenn ich tanz, brauche manchmal Psychopharmaka gegen meine Angst, doch ich will alles erleben mit nem klaren Verstand. Ich brauche keine Raster und ich brauche keine Rast, nur ab und zu ein Pflaster, wenn ein kleiner Traum zerplatzt. Hab ich wieder Zweifel, weil ich denk, dass ich nichts kann, dann nehme ich das Mikro in die Hand. Guten Tag, meine Damen und Herren, sind Sie bereit für ein bisschen Lärm? Dann lade ich Sie ganz herzlich ein, sich heute hier und jetzt einfach mal frei zu schreien. Ich brauche keine Bruderschaft, ich brauche meine Brüder und wenn dir jemand Ärger macht, dann kommen wir zu dir rüber. Ich brauche keine Besserwisser, nein, ich brauche Bass, ich brauche keine Form, ich brauche nichts, was mir nicht passt. Ich brauche keine Etikette und ich brauche kein Etikett, ich brauche keinen Hype und ich brauche kein ganz nett. Ich brauche keine Stimme meiner Generation, alles was ich brauche ist mein Mikrofon. Guten Tag, meine Damen und Herren, sind Sie bereit für ein bisschen Lärm? Dann lade ich Sie ganz herzlich ein, sich heute hier und jetzt einfach mal frei zu schreien. Ich brauche keine Stimme meiner Schreien. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, sind Sie bereit für ein bisschen Lärm? Dann lade ich Sie ganz herzlich ein, sich heute hier und jetzt einfach mal frei zu schreien. Ich bin ein, sich heute hier und jetzt einfach mal frei zu schreien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017